Äh, äh, habe ich mir die Viecher rausgebracht? Ich weiss nicht, ob ich meine Viecher rausgelassen habe. Äh, 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 Gegenstand spenden, brachte, klar. Äh, Besorgung. Tomate. Trist in zwei Tagen. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Oha. Vielleicht hast du recht. Ich glaube, die Blau-Bär-Kekse waren tatsächlich schlecht. Vielleicht, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Was brauchen wir sonst noch? Hm, mal sehen. Ah, Mehl und Öl. Okay, ähm. Ähm. Was? Ähm. Warum sagst du ständig ähm? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann glaube ich, dass wir die schlechten Kekse mit Ananas gemacht haben. Es waren nicht alle, nicht die mit Blaubeeren, die widerlich geschmeckt haben. Verwenden wir diesmal Erdbeeren. Ist du dir sicher? Es wäre nämlich ein echt langer Weg zurück, wenn wir die falschen Beeren geholt hätten. Hm. Gut, diesmal nehmen wir Erdbeeren. Aber wenn das misslingt, nehmen wir als nächstes Blaubeeren. Ich hätte mir das Rezept wirklich aufschreiben sollen. Ja. Das kannst du mir glauben, ich bin mir zu 50% sicher, dass es die Blaubeeren waren. Bist du dir dazu 50% sicher? Oder vielleicht nicht 50%? Wie wäre es mit 73? Ah, Tintenfisch. Wir werden die nächste Woche wieder eine Ladung schlechter Kekse essen müssen, nicht wahr? Eben. Emily schneidet mir die Haare. Sie hat wirklich Talent, nicht wahr? Aber deswegen bin ich nicht hergekommen. Ich bin hier, um etwas für Sam abzuliefern. Einkaufen. Jetzt habe ich mich auch gerade auf die Kranke. Melonen. Zeit zum Auge. Okay. Einen. 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 Ich glaube, das reicht mir nicht mit den sechs und sieben Tagen. Ich glaube, das reicht mir nicht. Da geht's. Ich fürchte, das reicht nicht mit den Tomaten. Sieh an, sieh an. Du übertriffst dein Text, sagt Silja Haushoch, wie erfreulich. Jetzt erwarte ich mir, dass das Museum nichts weniger als eine weltweite Sensation sein wird. Ich schenke Nina Brim's Muti. Ich habe ihr diese Woche schon zwei gegeben. Kaufen. Was brauchst du denn von mir? Hier, Farmer. Ich möchte dir dein Foto geben. Aber es geht nicht. Warum geht das nicht? Hey. Bist du auch zum Fischen hier, Rucola? Ich lasse meine Haare nur ungern runter. Du kannst hier nicht tauchen. Hast du schon gesagt. Herr Paul, meine Frau hat erwähnt, wie schwül es in letzter Zeit ist und ich kann ihr nur zustimmen. Ich werde gerade verkaufen, ich habe lieber Platz. Hey, Sunny! Äh... Verkaufen wir mal. Über die Kriste, denn dann wissen wir wie teuer. Äh... Was ich denn verkaufen kann? Das ist ein Geschwärts. Schrotten... Rot-Ribs-Kuss. Das greifen wir mit einem hier. Tick! 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 Meine Anrufe verbessern. Die Tür. Nicht aus. Westlicher Tigerplan. Wihll. Wihll. Ähm, dann nehmen wir einen Smoothie, die bringen so nichts. Ja, Butter ist so süss und Peanut ist noch süsser. Von hier aus kannst du alle möglichen Schmetterlinge und Vögel sehen. Hoffentlich hat es Sam Heidelbeeren, ich habe so einen guten Aufsommerlichen Frust gehofft. Ich hoffe, das war nicht zu viel Mühe. Ja, nein. Nein. Ah, 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 ah. Blumen. Ah, 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 ah. Blumen. Ah, ah. Ah, ah. Redis course. Ah, wie ist denn das? Industry is close. Ich habe dannics, das ist das oder den denn gut? - Ah, das ist ein Blödsmeer. Hier rein, Museum, Ozean, Ozean, Ozean. Habe ich schon Tomaten? Nein, nicht. Da. Habe ich noch Platz? Nein. Habe ich auch nicht. Da. Da. Es ist ein Wollden Ring. wir haben nicht so viel glas verkaufen wir ich weiß nicht ich bin seit von HB ich bin seit von HB Hab ich denn im Kühlschrank? Hab ich denn im Kühlschrank? Jawoll! Ich habe den Wurm spenden. Ja, gewischt habe ich jetzt nicht, Herr Juri. Schwitzt du auch so viel wie ich? Diese Hitze ist drückend. Juri, grüner Smoothie. Ja, du bist so nett, danke. Ja, wenn dein Tänik wie ein Esel kickt, dann ist er nicht stark genug. Das ist meine Regel. Ja, du bist so nett, du bist so nett. Obendür bin ich noch nie. Jetzt sind da ein paar Viecher in den Fallen. Oh ja. Roter Admiral. Ja, du bist so nett. Ja. Juri, in Käfer. Große Gabelschwanz Gucken ob er nicht kommt raus Oh Mann Flamenspanner Magnoliengrüne Webspinne Gebruch öffnen Öffnen Gebruch öffnen Gebruch öffnen Gebruch öffnen Ich habe fast keine Energie mehr Gebruch öffnen 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 Feierschwertgrundl Gebruch öffnen Also hier geht's. ... Komms Ei zu deinen Fischen rein... Das kommt von mir. Summer. ja 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 so, jetzt mal glaube ich gut genug und see you next time you